Haha, leuwe, grüß euch, leuwe und servus, grüß ich und hallo. Nein, ich hab 5 Euro gezahlt, der will auch Geld von mir. Das geht doch, Alter. Glaubst euch wirklich, dass ich dir 400 gieb, Alter? Schau dir an, Teppatau, Alter. Der Hund, Alter, hat eine Frisur wie eine Triolade und will mich um Geld bedrohen. Lass mit dir. Soll ich den Ernst nehmen und den Bomockel, oder was? Alter, die klemm ich zwischen meine O**bocken rein und schnupf die mit meiner O** weg. Schaut, dass die Gauschen holt, bevor es da eintritt. Wie sollst du da rumgekommen, Alter? Sagen wir scheiße aus wie ein Flugsaurier, oder was? NAAAAAAH! Du ***loch! Das war *** Millimeter! Ein Millimeter! Ein paar Sekunden später. Kriegst du nie so viel Schwungssache? NAAAAAAH! Du Fuhltaudl! Und, ob es denn irgendwann zerreißt? Könnte jetzt schon passieren. Schauen wir mal. Assasar Maria und Josef! Sackra! Hinten noch einmal! Jetzt habe ich gerade ein bisschen einen Stift geschrieben lassen in meiner Unterflag. Auf einmal macht's BOOM! Hat gut ausgeschaut, gell? So ein Spektakel kriegen sie nur auf unseren Recyclinghof. Aha, aha, aha. Und ich spiel... Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt Und nimm Delfine mit auf meine Mörestrip. Denn Delfine, Fiene, 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 die machen Spaß. Viel mehr Spaß! Viel mehr Spaß! Also, F*** aus! Was da heißt? Also, ist ja echt unpraktisch. Mann, Alter! Ich räum's ja selber wieder an! Wenn du jetzt noch einmal da runterfallst, dann schießt die, was die wollen hier runter. Blut! Verrücker deine Sch***! Sieg's gemein! Noch einmal! Papkarton! Schwer! Wildbeton! Es ist viel kompliziert, eigentlich. Du musst dir... Siegste? Ja, 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 ja. Ihr, dann schwingt, so schwindn er. Der macht's richtig, das ist ja fast wie ein Brust покупes. Aber jetzt krieg ich doch nicht einmal rot, Fernseher! Fernseher! F***. Hallo? Hallo? Ah, da ist er ja eh. Hä? Hä? Fang ihn? Fang ihn? Fang ihn? Fang ihn? Fang ihn? Ah! Jawohl! Jawohl! Wollt ihr mir sagen, Super Mario hat einen Sinn? Das ist eine richtig geile Meldung. Super Mario, du musst eine überdimensionierte Ch***kröten killen, damit du eine Prinzessin befreist. Jetzt erklären wir noch einmal, dass Super Mario mehr Sinn hat, als ich das spiele. Die Meldung, das Spiel ist ja sinnfrei. 90% der Spiele sind sinnfrei. Das ist Unterhaltung, das soll keinen Sinn haben, das soll nur Spaß machen. Er ist noch funktionstüchtig. Wenn der jetzt noch immer funktionstüchtig ist, dann ist das kein Fernseher, sondern dann ist das ein R***er. Ein F***er. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber schon sowas von sicher wahrscheinlich, dass die Dreckspixen noch immer geht. Und noch einen Wert von 150 hat. Na ja, gut. Wer hat mir schon wieder in mein Kino g'sch***t? Was soll ich das? Das ist kein Sch***haus. Das ist ja nur ganz vorsichtig, haben wir ihn behandelt. Ganz vorsichtig, muss man jetzt auch dazu sagen. Also ich hab mir richtig Mühe gegeben, dass er nicht hin wird. Willst du mich schäuern? Willst du mich schäuern? Du hast ihn grad hergebracht? Willst du mich schäuern? Er wachsen lässt wie der Pablo Escobar? Heißt das aber noch lange nicht, dass du so intelligent bist wie er. Offensichtlich. Bewege deinen Fötusartigen Schädel aus dein Auto raus, nimm deine Radsbremsen weg, dein Aufblickte und knie nieder, du Schwein. Du sollst knieren, hab ich gesagt. Du Eignader-Sauzip. Was soll denn das Schmuggerei? Eine mit dir helfen. Viel Spaß beim Steinerklopfen. Ja, aber wir sind glaube ich nicht mal noch bei der Hälfte. Eine Minute noch. Komm her, bis 12. Ah, Alter. Vergesst das, ich hab keinen Spaß gemacht. Sch***. Ich hab's gewusst, dass das passiert. Alter, der reagiert auf Lärm nämlich, Alter. Und zur Umfahrt drüber. Ist ja schon wurscht, was da liegt, Alter. Der Hund kommt mit einem kompletten Bete. Ihr Scha. Was ist denn? Wer soll denn den Schaß jetzt zumrammern? Na ehrlich? Was soll denn das? Time to say goodbye. Ich glaube, jetzt ist es zum Laufen. Passiert jetzt was? Ich hab ihn gewusst, mache ich, Bob. Willst du mir jetzt gerade echt erzählen, dass du wegen deiner einen Popschachtel jetzt da extra da her zum Recyclinghof gefahren bist? Alter, rutsch mal zusammen auf einen Meter geschüttelt da. Ist das dein fuller Ernst? Wegen einer sch*** Popschachtel fährst du extra da her, du fette Sau? War der Weg zum Auto näher als wie zu deinem Papiercontainer? Du ausgefressener Popschachtel? Hä? Pass auf, dass du beim Einsteigen nicht das Fett ausdruckt. Kriegst nicht mehr aus dem Staufsitz raus. Verschwind, du Rotz. Genau so hab ich das in meiner Lehrzeit. Da hat gleich der Eingangbrunst, sehr schön. Das muss man zusammenkehren. Pisse kehrt man mit einem Baisen zusammen. Völlig normal. Da nimmt man keinen Wissschmuck. Nein. Nicht böse gemeint, aber du schaust aus wie der Wind Diesel. Ja, eh. Brauchen wir überhaupt nicht reden, ne? Ich schau aus, als hätte der Wind Diesel mit dem T-Roc-Koppelter und ich war aus einer Achselhöhle aus irgendeiner Schweißdrüse rausgeflutscht. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ich bin das Beste von beiden. Ja, und jetzt da, die Musi ist aus und die offen tunzen. Und hier sehen Sie das Paarungsverhalten einer Horde Paviane, die in ihrer Bereitschaft sind. Das S***-Tag der Paviane wird meistens gewalttätig angefangen und S*** beendet. We'll beendet. Bis zum nächsten Mal.